Kamala Harris will laut ihrem Berater wohl die Krypto-Industrie fördern. US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris könnte bald öffentlich Position zu Bitcoin und Kryptowährungen beziehen. Ein Berater betonte ihre Offenheit für eine innovationsfördernde Politik. In einem Bloomberg-Bericht sagte Harris leitender Wahlkampfberater, sie wolle sicherstellen, dass aufkommende Technologien wachsen können. Harris steht unter Druck, besonders nach Trumps positiven Aussagen zu Kryptowährungen. Das Thema könnte im Wahlkampf entscheidend für Wechselwähler werden. Ihr Herausforderer Trump hatte auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville aktiv um Wähler geworben und seine Pro-Krypto-Haltung nochmals zum Ausdruck gebracht. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen Harris zur Förderung der Krypto-Industrie vorschlagen wird. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.